Dann begrüße ich alle ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 4 zu 3 für Königsblau. An meiner Seite unser Cheftrainer Dimitrios Kramotzes, den ich um sein Statement zum Spiel bitten möchte. Ja, Glück auf und Hallo erstmal. Gratulation erstmal an die Mannschaft für diesen tollen Sieg heute gegen einen ganz, ganz starken Gegner, bei dem wir natürlich auch wussten, dass es heute auch für die Eintracht um sehr, sehr viel geht, um die Champions-League-Plätze und haben natürlich auch dann dementsprechend die Taktik aufgestellt. Wir haben natürlich erwartet, dass wir aus einer tieferen Position, aus einer kompakten Position in die Ballgewinne kommen wollen, um dann auch nach vorne kontern zu können. Das ist uns, finde ich, heute sehr gut gelungen, auch bei einigen Toren, auch diese Art und Weise, wie wir uns die vorgestellt haben. Und deshalb sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass das auch mit vier Toren heute mal ausgegangen ist. Dieses Gefühl hatten wir schon lange nicht mehr und auch dieses Gefühl des Sieges. Ja, leider haben ja die drei Gegentore natürlich schon wehgetan, aber letztendlich haben die Jungs wirklich alles reingehauen, um diesen Sieg dann auch letztendlich über die Bühne zu kriegen und Gratulation an die Spieler nochmal. Und ich freue mich auch, dass wir auch unser letztes Heimspiel dieser Saison gewinnen konnten. Und dem widmen wir natürlich auch unseren Fans zu Hause, weil man kann sich natürlich vorstellen, was hier heute los gewesen wäre, wenn wir vier Tore hier zu Hause vor unseren Fans geschossen hätten. Und deshalb hoffe ich, dass es auch so schnell wie möglich der Fall sein wird, damit wir zusammen solche Siege auch in Zukunft feiern können. Dankeschön. Danke, Dimi. Und dann bitte ich um Ihre Fragen, wie immer per Handzeichen. Und dann geht's los. Ich glaube, das ist Andreas Ernst. Ich sehe es nicht so richtig. Du bist sehr klein, Andi. Ja, das ist er für die Funke Mediengruppe. Bitte. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Können Sie vielleicht ein Wort zu den Talenten sagen? Es war ja heute auffällig Hoppi, ein Tor, eine Vorlage, Idritzi ein Tor, Flick ein Tor, Aydin bis zu seiner Auswechslung ein gutes Spiel gemacht. Können Sie vielleicht ein bisschen was zu den Talenten sagen? Ja, ich denke, dass der Memo Aydin leider die letzte Zeit nicht mit dabei sein konnte, weil er Probleme am Synesmoseband hatte und erst vor zwei Tagen so richtig wieder eingestiegen ist ins Training. Und dafür hat er heute, finde ich, ein tolles Spiel gemacht gegen einen meiner Meinung nach schon echt Weltklasse-Spieler auf dieser Position mit Kostic, der überragend ist in dieser Saison. Und Memo hat sich da wirklich reingekämpft. Er hat es dem Gegner auch nicht so einfach gemacht und immer wieder auch ihm gezeigt, dass er da ist. Und ihm auch keinen Platz lässt. Deshalb hat er wirklich eine schöne Leistung gebracht. Flo Flick, auch im Mittelfeld viele Löcher gestopft. Sehr, sehr unauffällig, möchte man sagen, aber sehr effektiv in seiner Art und Weise, wie er spielt. Er gibt der Mannschaft sehr viel Stabilität im Mittelfeld. Und mit der Unterstützung von Idritzi, der heute meiner Meinung nach auch in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr viel gemacht hat in der Defensive, auch in Umschaltsituationen dabei war und sich auch mit einem tollen Tor belohnt hat. Ja, also es macht mich unheimlich stolz, auch mit diesen Jungs zu arbeiten, weil sie einfach uns zeigen jeden Tag, dass sie in die Mannschaft wollen, dass sie was zeigen wollen. Und Matthew, auch nach seiner Einwechslung zur Pause, hat der Mannschaft sehr viel Qualität in der Tiefe gegeben. Hat das überragende Tor von Flo vorbereitet mit dem Steckpass und selber ein wunderschönes Tor erzielt. Also es war ein gelungener Tag, aber nicht nur die Jungs, sondern auch die Jungspieler, sondern auch die erfahrenen Jungs hinten drin haben heute alles weggehauen, haben alles wegge... Ja, was so Flanken angeht und Standardsituationen. Also von daher war es wirklich ein gelungener Auftritt der Mannschaft und Gratulationen an die Spieler. Manni Inderok für die WATS. Ja, hallo zusammen. Hallo. Herr Glückwunsch, Sieg erstmal. Dankeschön. Daran anknüpfen. Können Sie denn einem Jungen wie dem Flo Flick jetzt schon zusichern, dass er im nächsten Jahr oben dabei sein wird? Bei Idritzi sieht es da, glaube ich, so aus, dass der Vertrag ausläuft. Korrigieren Sie mich gerne. Aber werden die im nächsten Jahr dann fest oben dabei sein? Kann man da schon absehen? Ja, wir werden uns erstmal zusammensetzen und die ganze Situation nochmal durchgehen. Die Jungs haben heute auf jeden Fall Werbung für sich gemacht. Flo Flick ist auf jeden Fall jemand, den wir auch, denke ich, schon im Auge haben, was die nächste Saison angeht, weil er auch bewiesen hat, jetzt in dieser kurzen Zeit, dass er ein wichtiger Bestandteil schon dieser Mannschaft ist. Ich hoffe aber nur, und das ist jetzt auch wichtig, dass diese Spieler jetzt nicht irgendwie denken, dass sie jetzt heute ein Tor erzielt haben und dass sie jetzt zurücklehnen können, sondern sie müssen jetzt noch härter arbeiten als zuvor. Und die Einstellung stimmt. Und wir wissen auch, dass wir in der Knappenschmiede, die man jetzt auch U23, U19, wirklich tolle Jungs haben, die auch interessant sind, auch für die nächste Saison. Raffael Wieswig für Ruhr24. Hallo Herr Gramot, ist auch von meiner Seite auch nochmal Glückwunsch zum Sieg. Können Sie uns ein Update geben zu den Spielern, die verletzt ausgewechselt werden mussten? Und können Sie vielleicht auch sagen, ob es zum Beispiel bei Uth eine Verletzung gab oder auch bei Memo Aydin? Können Sie uns da einmal zu allen vielleicht ein Update schon geben? Ja, bei Marc Uth haben wir zur Pause schon gewechselt. Es war aber ein taktischer Wechsel, weil wir einfach auch das Gefühl hatten, dass wir gegen Ende der ersten Halbzeit schon unsere Umschaltaktion nicht mehr in die Tiefe bekommen haben. Und ja, wir mit Klaas und Marc Uth zwei Spieler vorne hatten, die eher zum Ball gekommen sind, anstatt in die Tiefe zu laufen. Und Frankfurt hat es dann geschafft, auch immer wieder ins Gegenpressing reinzukommen. Mit Matthew wollten wir nochmal eine Schnelligkeit reinbringen, damit wir dann auch noch eine gute Mischung zwischen, ja, umschalten in den Fuß oder auch in die Tiefe. Und das hat der, finde ich, auch gut gemacht, der Matthew in der zweiten Halbzeit. Bei Memo Aydin war es einfach, er war dann kaputt, weil er erst auch seit zwei Tagen so richtig wieder im Training ist nach seiner Synesmoseverletzung. Und da hat man einfach gemerkt, dass ihm dann die Power gefehlt hat. Und bei Klaas müssen wir einfach schauen, da hat die Wade Probleme gemacht. Ich kann ja jetzt keine Prognose abgeben oder was der Stand ist. Da müssen die Ärzte erst mal drauf gucken, um dann auch eine genaue Diagnose rauszugeben. Gibt es weitere Fragen? Raphael nochmal. Ja, kurze Nachfrage bei Idrissi. Gab es da auch Probleme oder war er auch einfach nur ausgepowert, als Sie ihn ausgenommen haben? Nee, der war ausgepowert, genauso wie Sie es gesagt haben. Er hat heute viele Läufe gemacht und es war für ihn jetzt, denke ich, auch nochmal sehr, sehr viel mit dem Spiel gegen Hertha und ein paar Tage später jetzt auch schon wieder gegen einen sehr starken Gegner, der sehr intensiv gespielt hat. Es ist nochmal ein anderes Spieltempo als in der U23 und dennoch sind die Jungs fit. Das muss man wirklich auch Kompliment an die Knappenschmiede, dass sie diese Spiele auch auf einem sehr guten Niveau gebracht hat. Und ja, das gibt uns natürlich viel Qualität. Mani Hendriog. Sie fahren jetzt, soweit ich das weiß, wieder ins Quarantäne-Trainingslager zurück. Werden Sie die Jungs jetzt die ganze Woche da beschäftigen? Wird jeden Tag trainiert? Gibt es irgendwann mal einen freien Tag? Ich meine, mit dem freien Tag kann man nicht so arg zu viel anfangen da in der Zeit. Aber wie gehen Sie diese lange Woche jetzt an bis zum letzten Spiel? Ja, wir werden heute Abend auf jeden Fall nochmal regenerieren. Und morgen wird dann frei sein. Wir werden dann Montag und Dienstag trainieren. Dienstag nochmal als Hauptbelastungstag. Mittwoch nochmal einen Break machen und dann Donnerstag und Freitag trainieren, damit wir dann uns gut auf das Spiel gegen Köln vorbereiten. So ist eigentlich der Trainingsablauf geplant. Ja, Herr Gramotz ist nochmal eine Nachfrage auch zu den Torhütern heute. Ralf Fährmann sah leider bei dem ersten Gegentor nicht so gut aus. Hatten Sie überlegt, Frederik Rönneau ins Tor zu stellen, der jetzt aber gar nicht im Kader stand und nicht mal auf der Bank saß? Ja, wir hatten eigentlich vor, heute den Freddy anfangen zu lassen, weil auch Ralle auf uns zugekommen ist und wir auch zusammen mit der medizinischen Abteilung gemerkt haben, dass er sich sehr, sehr müde fühlt und auch das Knie ihm so ein bisschen Probleme macht seit dem letzten Winter, seitdem er da Probleme hat. Und wir wollten eigentlich heute Freddy spielen lassen. Er hat sich leider gestern durch einen kleinen Zusammenprall im Abschlusstraining verletzt und dadurch konnte er heute auch nicht im Kader sein. Und deshalb hat der Ralle dann wieder im Tor gestanden und normalerweise wollten wir dem Ralle heute eine Pause geben. Gibt es weitere Fragen? Eine oder andere schreibt, aber scheinst du als ob wir... Nee, Ralf hat noch eine. Bitte. Ja, dann komme ich auch noch mal. Herr Gramot, das haben Sie auch jetzt vielleicht mal schon nach dem Abschlus sich bei dem Gedanken ertappt gefühlt, dass dieser Sieg vor allem Ihnen und Ihrer Position jetzt sehr entscheidend doch noch mal zum Saisonende hilft für den Übergang? Er tapptet sich immer schön und ich bin glücklich über den Sieg. Also nochmal, ich genieße es auch heute, weil vier Tore zu Hause gegen Champions League Anwärter ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und ich bin heute wirklich stolz auf die Mannschaft, weil sie heute alles rausgehauen hat. Wir haben wirklich alle Körner, die wir hatten, auf den Platz gelassen und das macht mich stolz und über alles andere habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Gibt es noch weitere Fragen? Rafa schüttelt auch mit dem Kopf. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, verabschieden uns nach dem letzten Heimspiel in dieser Saison aus der Felddienstarena, wünschen allen erstmal noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und hören uns dann nächste Woche wieder vor dem letzten Saisonspiel beim 1. FC Köln. Besten Dank, ciao. Tschüss.